In Deutschland werden jedes Jahr rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3.000 bleiben langfristig verschwunden. Für Familie und Freunde ist das eine unerträgliche Situation. Wenn ich ihn da angucke, dann denke ich immer, er schmunzelt mich an und sagt, ich komme. Und die halt durch. Sandras Sohn verschwand vor vier Jahren im Bulgarienurlaub. Ein Detektiv geht vor Ort einer neuen Spur nach. Es ist eine gefährliche Suche. Hier hat tatsächlich jemand mal geschlafen. Da liegt eine Matratze auf dem Boden. Andreas Specht wird seit fünf Jahren vermisst. Auch seine Familie hofft auf die Hilfe eines Privatermittlers. Kann er den Fall nach so langer Zeit lösen? In dem Brief finden sich Formulierungen wie, ich gehe in ein anderes Leben, in das du mir nicht folgen kannst. Eltern können das Verschwinden ihrer Kinder kaum ertragen. Doch neben Trauer besteht auch immer Hoffnung. Bad Reichenhall in Oberbayern. 15. November 2012. Vor wenigen Wochen hat sich Andreas Specht im Streit von seiner Freundin getrennt und ist wieder in sein altes Kinderzimmer gezogen. An diesem Donnerstag steht der 18-Jährige morgens auf und geht zur Berufsschule. Aber dort kommt er nie an. Auf einmal stehst du vor einer Situation, die absolut unbegreiflich ist. Das ist, ja es zerstört einfach ein Leben. Also ganz egoistisch gesagt, zerstört das ein Leben. Es macht sich keinen Begriff. Und das nackt, das frisst einen Teil der Seele auf. Fünf Jahre ist das her. Unzählige Spuren wurden verfolgt. Keine führte zu Andreas. Heute kommt ein Privatdetektiv. Für ihn suchen Vater und Schwester Erinnerungsstücke und Fotos raus. Was ist das? Ach, das ist von seiner Arbeit. Da steht auch alles drauf mit der Adresse. Das kann man auch mal auf die Seite tun. Gut. Verschiedene Post. Das ist alles ganz schön verrückt. Ich find's schon schwer, das alles anzuschauen. Weil einfach so viel Energie drinsteckt in dieser Suche und so viel Herzblut. Und irgendwie ist bis jetzt nie was Wirkliches gekommen. Und das ist eigentlich schon echt enttäuschend dann. Und jetzt ist halt die Hoffnung mit dem Privatdetektiv, dass vielleicht doch mal wieder irgendeine Hoffnung kommt. Und dass man vielleicht doch Gewissheit bekommt. Die Ungewissheit ist für die Familien der Verschwundenen am schlimmsten. Was ist passiert und warum? Immer wieder diese quälenden Fragen. Es gibt tausend Mundmaßungen. Es geht dahin, dass man sagt, er hat vielleicht den Falschen kennengelernt. Er ist überfahren worden, man hat ihn versteckt. Man hat, es gibt zig Sachen. Andreas Mutter kann beim heutigen Termin nicht dabei sein. Sie hat seit dem Verschwinden ihres Sohnes schwere gesundheitliche Probleme. Und auch Leonie leidet. Sie und ihr Bruder hatten ein enges Verhältnis. Er war so ein Mensch, der hat immer gelacht. Und er hat viele Freunde gehabt und er hat sich mit jedem verstanden. Und er hat einfach auch viel reden können und gut reden können. Und ich habe halt auch immer zu ihm aufgeblickt. Er war halt immer mein großer Bruder und ich habe halt auch immer viel versucht nachzumachen. Und also so würde ich ihn eigentlich wirklich gut beschreiben. Alles in Bad Reichenhall erinnert Leonie an ihren Bruder. Vor allem das Haus, in dem er mit seiner Ex-Freundin zuletzt wohnte. Kurz vor Andreas' Verschwinden gab es einen heftigen Streit. Danach trennte sich das Paar. Er hat irgendwie gedacht, dass sie ihn betrogen hat. Und die haben, also das habe ich jetzt dann im Nachhinein erfahren, wo das eben war, wo er dann verschwunden war, habe ich mit ihr geredet. Und da habe ich eben auch gesagt, also sie hat mir Zettelchen gezeigt, wie sie sich immer geschrieben haben, weil sie immer unterschiedlich zu Hause waren. Wo sie halt dann irgendwie geschrieben haben, ja, du hast mich betrogen und sonst was. Und nein, du hast dich, ich habe dich nicht betrogen. Also ich weiß nicht genau, was da abgelaufen ist, aber irgendwas muss vorgefallen sein. Und deswegen haben sie sich halt dann auch getrennt. Hat Andreas' Verschwinden etwas mit der Trennung zu tun? Für die Polizei ist der Fall abgeschlossen. Sie glaubt, dass Andreas nicht mehr lebt. Seine Leiche wurde jedoch nie gefunden. Nun soll der private Ermittler Licht ins Dunkel bringen. Die Hälfte aller Vermisstenfälle kann nach einer Woche aufgeklärt werden. Immerhin 80 Prozent innerhalb eines Monats. Aber drei Prozent aller Vermisstenpersonen in Deutschland bleiben, wie Andreas, länger als ein Jahr verschwunden. Seit 20 Jahren betreut Peter Jamin ehrenamtlich Angehörige von Vermissten und begleitet sie durch die schwere Zeit. Die wenigsten Menschen, die verschwinden, verschwinden aus Abenteuerlust. Die meisten haben massive Probleme, ob das Gewalt in der Familie ist, Schulden, Prüfungsängste, Krankheiten, Drogensucht, Alkoholsucht, Liebeskummer. Also diese Probleme in einer Extremform. Die Menschen haben, wenn sie abhauen, nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie bringen sich um oder sie hauen ab und suchen sich ein neues Leben. Marne in Schleswig-Holstein. Seit vier Jahren wartet Sandra Mittank auf ein Lebenszeichen von Sohn Lars. Er ist von einer Bulgarienreise mit Freunden nie zurückgekehrt. Verschollen im Urlaub. Wenn ich natürlich mir die Bilder angucke, dann... Ja, wenn ich in seine Augen schaue... Sagen die mir, ich komme. Und die halt durch. Die erste Juliwoche 2014 verbringt Lars mit Freunden im bulgarischen Varna. Einen Tag vor der geplanten Rückreise besuchen sie ein Fastfood-Restaurant. Auf dem Weg ins Hotel kommt es zu einer Rauferei mit zwei fremden Männern. Dabei wird Lars linkes Trommelfell verletzt. Ein Arzt überweist ihn in dieses Krankenhaus. Dort rät man ihm zu einer Operation. Das lehnt er ab. Er bekommt ein starkes Antibiotikum und verlässt das Krankenhaus wieder. Weil er nicht flugtauglich ist, müssen seine Freunde ohne ihn abreisen. Er fragt einen Taxifahrer nach einer billigen Unterkunft und lässt sich von ihm zum Hotel Colour fahren. Es ist eine unsichere Gegend. Vom Hotel ruft er seine Mutter an. In Aktenzeichen XY berichtet sie elf Monate später davon. Dann sagt er zu mir, irgendwas stimmt hier mit dem Hotel nicht und er muss hier wieder raus. Und dann habe ich versucht ihn zu beruhigen. Hier stimmt was nicht. Ich kann dir das nicht sagen. Hier stimmt was nicht. Ich muss hier weg. Wurde Lars verfolgt? Mitten in der Nacht verlässt er fluchtartig das Hotel. Das ermittelt später die Polizei. Bis heute ist unklar, warum. Kurz danach kamen dann zwei SMS und da schrieb er dann drin, was ist CFCL 500? Hm, warum will er das wissen? Hat er einen Verdacht, dass er die Tabletten genommen hat, dass mit denen irgendetwas nicht in Ordnung ist? Oder warum fragt er mich das? Mit einem Taxi kommt Lars am nächsten Morgen gegen sechs Uhr am Flughafen an. Seine Mutter hat ihm einen Rückflug gebucht. Bei den späteren Ermittlungen stoßen die bulgarische und die deutsche Polizei auf einen merkwürdigen Umstand. Mehrere Zeugen haben unabhängig voneinander davon berichtet, dass er zumindest da das Krankenhaus in Warner verlassen hat, verhalten zaufällig war. Er hatte Angst und war teilweise sogar panisch. Was ist mit Lars passiert? Hat das Antibiotikum CFCL 500 etwas mit seinem Verhalten zu tun? Um das herauszufinden, schaltet Sandra zwei Wochen nach seinem Verschwinden eine private Detektive ein. Diese Detektive, die dafür mich tätig sind und mir helfen, die haben natürlich Möglichkeiten, die vielleicht der Polizei nicht gegeben sind. Und die können auch natürlich verdeckt Fragen stellen. Sie müssen sich nicht immer offenlegen. Und das hilft mir auch an Kreise ranzukommen, die vielleicht für mich wichtig sind, die mir Hinweise geben können. Und das kann die Polizei, die deutsche Polizei nicht und ich denke auch die bulgarische Polizei nicht. Der angeheuerte Detektiv ermittelt verdeckt und möchte deshalb anonym bleiben. Wir sollen ihn Björn nennen. In drei Jahren ist er 30 Mal für Recherchen nach Bulgarien gereist und hat sich unzählige Male die Bilder der Überwachungskameras vom Flughafen angesehen. Sie sind bis heute das letzte Lebenszeichen von Lars. Da sieht man halt, wie Lars in den Flughafen reinkommt, sich am Infoschalter umguckt und auch so mal in den Raum reinguckt, weil da niemand ist. Und dann spricht ihn eine Mitarbeiterin vom Flughafen an und er fragt sie wohl, wo das Zimmer vom Arzt ist, damit er sich beim Arzt einmal untersuchen lassen kann. Kurz darauf betritt Lars das Arztzimmer. Zunächst verhält er sich unauffällig. Der damals behandelnde Arzt erinnert sich noch genau daran, dass sich das aber schlagartig änderte. Und dann kam der Moment, als ein Arbeiter am Flughafen durch die Tür hereingeschaut hat. Auf einmal wurde er sehr unruhig, schreckte auf. Ich weiß nicht, wen er glaubte zu erkennen, als er diesen Menschen sah. Er stand plötzlich auf und ist rausgegangen. Lars rennt aus dem Raum, lässt sein Gepäck mit Pass, Geld und Handy zurück. Draußen läuft er zunächst scheinbar ziellos herum, bis er am Ende einen zweieinhalb Meter hohen Zaun überklettert und im angrenzenden Maisfeld verschwindet. Panik im Hotel Colour, Panik auf dem Flughafen. Der Privatermittler hat einen Verdacht. Lars hat ja im Krankenhaus die Tabletten Zeffziel 500 verschrieben bekommen. Diese Tabletten sind in Deutschland nicht zugelassen. Ich habe mich mit mehreren Ärzten unterhalten und die haben mir auch bestätigt, dass in Kombination mit den Tabletten, mit dem Trommelverriss, den Lars hat, dazu gekommen sein kann, dass er in einer Art Halluzination steckengeblieben ist und sein Gehirn dort sozusagen einen Kurzschluss ausgelöst hat und diese retrograde Amnesie ausgelöst hat. Der Detektiv glaubt, dass Lars nicht mehr weiß, wer er ist und obdachlos durch die Umgebung von Warner irrt. Der Psychologe Thorsten Trautvetter hat allerdings Zweifel daran. Das kann sein, dass man nicht mehr weiß, wie man heißt, dass man nicht mehr weiß, woher man kommt, dass man nicht mehr weiß, dass man eine Familie hatte, verheiratet war, Kinder hatte, das kann sein. Also das sogenannte episodische Gedächtnis kann wirklich beeinträchtigt sein, nachhaltig. Aber man weiß, dass man zum Leben die und die Dinge braucht, dass ich weiß, dass ich Deutsch spreche und ich weiß, wo Deutschland liegt, dass es eine deutsche Botschaft gibt, ich weiß, dass ich in Bulgarien bin, das kriege ich ja mit. Und dass ich dann natürlich dort entsprechende Schritte unternehme, das kann ich auch, wenn ich so eine retrograde Amnesie habe. Das als Erklärung auch als eher, also das würde ich ausschließen. Was aber ist dann mit Lars Mittank vor vier Jahren passiert? Detektiv Björn hat einen neuen Hinweis erhalten, dem will er nachgehen. Erneut reist er nach Bulgarien. In Bad Reichenhall setzt Familie Specht ebenfalls auf einen Detektiv. Wir haben nicht mehr die Riesenhoffnungen. Aber ich sage, es ist oft, geht es um einen Wimpernschlag, dass einfach irgendwas ganz Kleines übersehen wurde. Wir hoffen halt doch, dass wir ein bisschen ein kleines Happy End haben, wenigstens. Ein kleines Happy End wäre die Gewissheit, dass sein Sohn Andreas zwar nicht zurückkommt, aber irgendwo lebt und glücklich ist. Also wenn er irgendwo ist und wenn er auch irgendwie, dann sage ich, sei mit Anstand und würde glücklich. Ob das mit uns oder irgendwas noch was wird, das ist alles auch. Aber es soll ja gar kein Mensch sein. Das wäre noch wichtig. Privatdetektiv Patrick Kurz kommt aus Leipzig und ermittelt weltweit für durchschnittlich 1000 Euro pro Tag. Am Anfang habe ich geglaubt, der Junge, der ist abgehauen und hat sich wahrscheinlich einfach das Leben genommen als Selbstmob gegangen und ist dann irgendwo in diesen Bergen hier, wo es ja nun wirklich Möglichkeiten gibt, ohne Ende dafür verschwunden. So, aber nachdem ich mit der Familie gesprochen habe und nachdem ich auch noch ein paar weitere Informationen mir von Drittstellen herangezogen habe, habe ich inzwischen so viele widerstreitende Informationen erhalten, dass ich mir da überhaupt nicht mehr sicher bin, ob er wirklich Selbstmord begangen hat oder ob er nicht viel mehr vielleicht untergetaucht ist. Noch ahnt der Ermittler nicht, dass der Fall eine überraschende Wendung nehmen wird. Hallo, sprich Leonie, hallo. Hallo, kurz mein Name. Wir haben ja schon telefoniert. Ja, genau. Auch wenn man sich keine Hoffnungen machen will, man macht sich Hoffnungen. Und ich finde halt einfach, man fällt jedes Mal aufs Neue in ein noch tieferes Loch, wenn es nichts wird. Gab es aus Ihrer Sicht irgendeinen nachvollziehbaren Grund, warum Andreas entweder den Ausweg Selbstmord gewählt haben könnte oder eben den Ausweg untertauchen? Das sind ja eigentlich diese beiden grundsätzlichen Szenarien, die wir im Blick haben müssen. Also Selbstmord kann ich mir nicht vorstellen, weil der Andi hatte ja gerade sein Leben aufgebaut und es war ja eigentlich alles in Ordnung. Auch nicht in der Liebe mit der Freundin? Das war kurz vor dem Verschwinden, da hat er sich getrennt von seiner Freundin und wollte eben wieder nach Hause ziehen. Aber mir ist es jetzt so rübergekommen, als wäre das auch ganz okay für ihn gewesen. Und er hat sich auch wieder gefreut, nach Hause zu kommen. Also ich glaube, dass er das ganz gut verkraftet hat. Wir zeigen das Material dem Diplom-Psychologen. Familien von Vermissten schließen oft Selbstmord kategorisch aus. Und das hat einen Grund. Man weiß aus Untersuchungen, dass jeder Mensch mindestens einmal im Leben schon daran gedacht hat, sich umzubringen. Noch dazu, wo man weiß, dass Menschen, wenn sie einmal den Entschluss gefasst haben, sich umzubringen, dann wirken sie auf Außenscheinend auch deutlich gefestigter wieder und unauffälliger, sodass auch dann Angehörige zu der Meinung kommen können, da gab es ja gar nichts. Was haben Sie für eine Theorie? Ich habe da gar keine. Patrick Kurz sucht in den Sachen von Andreas, die seine Familie zusammengestellt hat, nach Hinweisen. Wir haben auch bei der Bank nachgefragt gehabt, nach seinem Verschwinden. Es ist auch nicht noch mal Geld abgehoben worden, obwohl gerade sein, es war ja sein Lohn drauf. Also er hat auch nicht im Vorfeld mal, Monate davor, viel Geld abgehoben, sondern ganz normale Kontobewegung. Wenn es größere Abhebungen gegeben hätte, würde das natürlich darauf hinweisen, dass er bewusst verschwunden ist, dass er bewusst sich eine neue Identität zugelegt hat. Dass diese Geldbewegungen nicht zu sehen sind, muss erst mal nichts heißen, aber es wäre natürlich ein Indiz für uns, dass uns helfen würde, den Fall zu verstehen. Einen entscheidenden Hinweis verschweigt die Familie jedoch. Aber dieser könnte das Rätsel um Andreas' Verschwinden vielleicht schnell lösen. Warner, Bulgarien. Detektiv Björn dreht seit drei Jahren in der Umgebung des Flughafens, wo Lars Betank verschwand, jeden Stein nach dem Deutschen um. Nicht ungefährlich in dieser Gegend. Ich werde heute über die Dörfer fahren und da habe ich vorsichtshalber immer eine Waffe dabei, weil es durchaus sein kann, dass wenn man dort so oft durchgefährt, dass man Probleme kriegt und die haben mit einer Waffe entgegenkommen oder mit einem großen Messer entgegenkommen. Deswegen habe ich immer dann den Selbstschutz dabei. Björn schützt sich vor kriminellen Banden, die in der Umgebung von Warner ihr Unwesen treiben. Die haben in Bulgarien etliche Dörfer unter sich, die dann halt einen großen Boss haben. Und der hat unter sich dann die Prostitution, der hat den Waffenhandel unter sich, der hat den Drogenhandel unter sich, der hat die Drogeproduktion unter sich. Die Gefahr, dass sich Lars was angetan haben könnten, würde bestehen, ja, aber dann hätten wir tatsächlich eine Leiche gefunden, weil ich aus einem Mordfall weiß, dass die Leichen einfach irgendwo abgelegt wird. Vor vier Wochen erhielt Björn einen Hinweis, dass Lars auf einer Landstraße in Flughafennähe gesehen worden sei. Das stützt seine These über den Verbleib des Deutschen. Ich gehe davon aus, dass er bei einer Familie lebt, die ihn aufgenommen hat und dass er nicht mehr weiß, wer er ist. In Kombination mit den Tabletten ist das schon sehr plausibel, dass man sagen kann, es könnte in diese Richtung gehen. Björn fährt in die Gegend, in der Lars angeblich gesehen worden ist. Also die Dame hat leider keine Ahnung von Lars, konnte ihn so nicht wiedererkennen. Schnell zeigt sich, warum Björn vor dieser Suchaktion Respekt hat. Jetzt hat der Typ die Hunde rausgelassen, um uns wahrscheinlich zu verscheuchen oder ähnliches. Ich hoffe nur, dass ich keinen von den Hunden plattfahre. In der Umgebung von Warner leben knapp 500.000 Menschen. Es ist eine Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Und die Zeit ist Björns größter Gegner. Es ist tatsächlich so, je weiter sich das von dem eigentlichen Verschwinden entfernt, desto schwammiger wird alles. In den letzten drei Jahren haben wir viele, viele Fotos bekommen über die Facebook-Seite, wo es dann hieß, es könnte Lars sein. Wir haben diese Fotos überprüft, wir haben Videoaufnahmen überprüft, sind mehreren Geschichten auch tatsächlich hinterher geflogen, haben die obdachlose Person dann aufgesucht und haben dann festgestellt, okay, dabei handelt es sich nicht um Lars und mussten leider vergebens wieder abreisen. Drei Tage hat Björn diesmal Zeit für seine Nachforschungen. Der erste ist schon fast um. Da trifft er auf diesen Passanten. Dieser Mann. Ja, ich weiß. Zur Zeit gelten ungefähr 11.000 Menschen in Deutschland als vermisst. Und jeden Tag kommen 250 bis 300 neue Anzeigen hinzu. Fast die gleiche Zahl wird aber auch aus der Datei gestrichen. Wenn Kinder verschwinden, ermittelt die Polizei in jedem Fall. Bei Erwachsenen aber nicht. Sie müssen sich vorstellen, die Angehörigen kommen zur Polizeiwache. Dort steht ein Polizist, der gerade vielleicht einen Überfall abgearbeitet hat und nun muss er eine Vermisstregistrierung vornehmen. Da füllen dann die Angehörigen Formulare gemeinsam mit dem Polizisten aus. Und dann fragen die Angehörigen, und jetzt? Und dann sagt der Polizist nichts. In seltenen Fällen wird die Polizei aktiv. Wann immer man, meinetwegen beim kleinen Kind, eine Entführung vermutet, bei einer jungen Frau einen Überfall, dann wird man aktiv, wird auch Polizeikräfte einsetzen. Aber wenn das nicht der Fall ist, findet in Deutschland nichts mehr statt. Dann ist das ein Aktenfall im Computer. In Warne hat Detektiv Björn einen Mann vor sich, der den vermissten Lars Mittank angeblich kennt. Aber der Mann kennt nur Lars' Geschichte aus dem bulgarischen Fernsehen. Vor vier Jahren war der vermisste Deutsche ein großes Thema in den Nachrichten. Björns Versuche, Lars zu finden, wirken vielleicht aussichtslos. Doch tatsächlich hat der Detektiv in der Vergangenheit auf diese Weise schon einige vermisste Personen aufgegriffen. Es gibt Zweifler an dem Ganzen, die sagen, es bringt nichts. Aber das überhöre ich in dem Fall, weil es einfach, ja, andere Fälle haben mir gezeigt, dass es funktioniert. Und ich weiß, dass es im Fall Lars auch funktionieren kann und funktionieren wird und uns ans Ziel bringen wird. Am nächsten Tag will sich Björn Obdachlosen Schlafplätze vornehmen, die er bisher noch nicht kennt. Der Detektiv glaubt, falls Andreas nicht bei einer Familie untergekommen ist, könnte der heute 32-Jährige nach einem Gedächtnisverlust orientierungslos auf der Straße leben. Das ist eins von den verlassenen Häusern hier im Dorf. Und ich möchte in das Haus gerne mal reingucken, ob da sich jetzt irgendwie ein Schlafplatz drin befindet, ob sich da irgendwo in irgendeiner Art und Weise was auf jemand Fremdes deutet oder nicht. Björn darf als Privatdetektiv eine Waffe tragen, auch im Ausland. Ich habe die Pistole, weil ich nicht weiß, ob in den Nachbarräumen tatsächlich jemand ist. Und wenn wir anhalten, wenn wir hier reingehen, wenn wir uns unterhalten, kriegt er das natürlich mit und könnte sich verstecken und könnte uns im Nachhinein angreifen. Und da möchte ich mich einfach schützen können. Hier hat tatsächlich jemand mal geschlafen. Da liegt eine Matratze auf dem Boden. Und es sind Flaschen da, in allen möglichen Variationen. Hier liegt Kleidung. Hier ist schon gar nichts mehr. Björn dokumentiert den Schlafplatz, um Lars' Mutter auf dem Laufenden zu halten. Am Abend will er noch ein weiteres Gebäude absuchen, das ihm genannt wurde. Also das scheint wohl irgendwie ein alter Arbeitsplatz, eine alte Lagerhalle so ausgewiesen zu sein. Wollen wir mal gucken, was wir hier noch finden. Aufpassen, hier liegt eine Glasplatte. Okay, hier hat auch mal eine Person gelegen zu schlafen. Hier ist ein Schlafplatz eingerichtet. Ich glaube nicht, dass da noch jemand schläft, weil das ist alles zu feucht in diesem Bereich. Genauso hier hinten auch. Auch hier keine Spuren von Lars oder Obdachlosen, die etwas über den Deutschen wissen könnten. Etwa 10.000 Euro haben die Methangs schon in die Recherchen vor Ort gesteckt. Dabei berechnet Björn nur die Reisekosten. Der Fall berührt ihn so sehr, dass er ohne Honorar arbeitet. Für mich ist es jetzt gerade so ein Rückschlag. Nur kann und will ich mich davon nicht unterkriegen lassen. Und ich werde auch so lange weitermachen, bis ich Lars einfach nach Hause bringe. Egal in welchem Zustand. In zwei Tagen will Björn Lars Mutter über den Ermittlungsstand informieren. Wie wird sie reagieren? Leipzig. Detektiv Patrick Kurz recherchiert seit zwei Monaten im Fall des vermissten Andreas. Mit dessen Ex-Freundin konnte er bis heute nicht sprechen. Dafür wurde ihm nun die Polizeiakte übermittelt. Mit brisantem Inhalt. Die wichtigste Information, die wir aus der Polizeiakte erhalten haben, ist, dass es einen Abschiedsbrief gibt, der uns bislang verschwiegen worden ist. In dem Andreas meiner Auffassung nach und auch der Auffassung der Polizei nach klar eine Suizidabsicht kundgibt. Und die Kenntnis darüber wäre natürlich entscheidend gewesen, wenn wir sie direkt am Anfang gehabt hätten. Direkt am Anfang der Ermittlungen. In dem Brief finden sich Formulierungen wie, ich gehe in ein anderes Leben, in das du mir nicht folgen kannst. Und auch, dass Andreas nicht wisse, ob es dieses andere Leben überhaupt gibt. Die klar darauf schließen lassen, dass er also nicht einfach nur meint, dass er ein neues Leben beginnt, dass er einen Neuanfang haben möchte. Sondern, dass er das Leben, das er führt, das irdische Leben, dass er das beenden möchte. In der Hoffnung, dass es vielleicht noch ein weiteres danach gibt. Warum haben Andreas' Eltern Patrick nichts von dem Abschiedsbrief erzählt? War es die Angst davor, dass der Detektiv den Fall sonst nicht annehmen würde? Das Ding über mehrere Tage, die Kommunikation, beziehungsweise wird das hier auch aus den Wochentagen klar. Es zerreißt mir immer und wieder das Herz, wenn ich daran denke. Und ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalte, beziehungsweise meine Psyche. Das hat er ein paar Tage vorher offenbar geschrieben. Es ist für mich ein Hinarbeiten, immer weiter auf, also eine Idee, die wahrscheinlich schon am Anfang da war mit dem Suizid. Und eine Entwicklung, die da immer weiter drauf hindeutet, bis dann eben der letzte Abschiedsbrief lautet. Und ist das dann wahr? In der Polizeiakte findet sich noch eine weitere, bisher unbekannte, sehr brisante Information. Dieser Brief in Verbindung mit der zweiten wichtigen Information, die wir aus der Polizeiakte ziehen können, nämlich, dass es eine Waffe gab des Vaters, die verschwunden ist zum Tatzeitraum, lässt für mich nur den Schluss offen, dass sich Andreas mit höchster Wahrscheinlichkeit mit dieser Waffe umgebracht hat und dass die Leiche niemals gefunden worden ist. Ein eindeutiger Abschiedsbrief, eine Waffe, die verschwunden ist. Und trotzdem will Andreas' Vater nicht an einen Selbstmord seines Sohnes glauben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Andreas Selbstmord begangen hat, weil er einfach ein lebenslustiger und aktiver Mensch war. Ich kann erst abschließen, wenn ich wirklich tatsächlich weiß, da liegt er. Vorher kann man das eigentlich nicht. Das größte Problem ist die Ungewissheit. Und die Psychologie und die Wissenschaft hat bisher versagt. Sie hilft den Menschen nicht, weil sie keine Forschung zu dem Thema Ungewissheit durchgeführt hat. Diese Ungewissheit führt dazu, dass die Menschen ihr Leben lang nicht abschließen können. Und das ist praktisch manchmal so ein großer Schmerz, dass sich Angehörige gehört haben, die haben gesagt, wenn mir morgen mein Sohn oder meine Ehefrau vor die Tür totgelegt wird, dann bin ich dankbar. Weil ich halte diesen Schmerz nicht mehr aus, diese Ungewissheit. Weil es sie laufend und permanent beschäftigt. In Marne wartet Sandra Mittank auf Detektiv Björn und die Ergebnisse seiner Suche nach ihrem Sohn Lars in Bulgarien. Vier Jahre wird er schon vermisst. In den Jahren hat sich verändert, dass man eine andere Denkweise entwickelt. Ich eigentlich nur Tag für Tag, immer für den nächsten Tag lebe und denke. Nicht vorausschauend so weit. Ich habe ja noch meinen Mann, der krank ist. Inzwischen ist auch die Oma von Lars erkrankt. Die habe ich zu mir genommen. Weder Lars' Vater noch seine Oma haben die Kraft, vor die Kamera zu gehen. Zu oft gab es bei der Suche Rückschläge. Ja, beim letzten Aufenthalt in Bulgarien, Sandra, haben wir nochmal wieder einen Schlafplatz gefunden von einem Obdachlosen. Haben uns den auch genauer angeguckt. Und haben dort auch nochmal eine Matratze mit Kleidung mit allem drüber und dran gefunden. Doch in diese Hose passt Lars unmöglich rein. Auch diesmal gibt es keine gute Nachricht. Aber eben auch keine schlechte. Ich glaube, da fürchtet sich jeder davor, eine schlechte Nachricht zu bekommen. Klar, natürlich fürchtet man sich davor. Aber noch habe ich nicht das Gefühl, dass es so ist. Und solange ich das Gefühl noch habe und auch nichts anderes mir bewiesen wird, gebe ich nicht auf. Ich suche meinen Sohn weiter. Ich will halt einfach nicht aufgeben, weil ich sehe halt, wie meine Eltern auch darunter leiden, wie meine Familie darunter leidet, meine Großeltern auch. Und ich will halt einfach Gewissheit für alle, dass wir wieder, wir werden nie wieder die gleiche Familie wie damals, aber dass wir halt wieder einfach so ein Licht in der Familie haben. Lars Mittank und Andreas Specht. Zwei junge Männer, die als vermisst gelten. Spurlos verschwunden. Ihre Familien müssen mit einer quälenden Ungewissheit leben. 11.000 Menschen werden laut Polizeistatistik aktuell in Deutschland vermisst. Jeder einzelne Fall ist eine Tragödie für die betroffenen Angehörigen. Oft vergehen mehrere Jahre, bevor die Fälle geklärt werden können. Für manche wird es nie eine Aufklärung geben.